das verpasst schon sexy so jetzt müssen noch 120 bilder die sekunde haben und ich muss den parkeingang neu machen nee der ist schon da so flüssig alter falter meine fresse mal willst du die kameramann anwinkeln du sagst das ein bisschen so da unten siehst du wir haben 4000 cash in the day ja wir müssen plus immer halten das heißt wir dürfen jetzt nicht einfach machen ich weiß dass es mehrere ös sind so oh gott womit fangen wir müssten sachen gesperrt haben auch immer auf der achterbahn drauf ist das ist alles was wir momentan haben ich würde sagen wir fangen das heißt dann forschen jetzt geht das spiel nicht mal richtig los meine fresse jetzt fangen wir endlich mal richtig neu an was verdammte scheiße ja was sie in der vorherigen park war doch eher so fliegt ja season 2 okay dann habe ich das mal gegeben ist diesen zwei gut sehr schön also wo wir fangen wir an wenn ihr irgendwie präferenz haben wir anfangen sollen fangen klein an oder mal direkt rein also ich klein anfangen ja würde ich jetzt aber immer wieder auf forschung starten da möchte ich mal wissen was was darunter ist okay damit können wir neue sachen erforschen ja also ich würde sagen was machen wir grundsätzlich noch nicht ansonsten ist unser geld weg weiter 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 okay ich schließe mal die erforschen karte wieder ich überlege gerade hängen wir uns zu lange was auch nach dem park erstmal zu das ist der roten genau machen wir erstmal nicht so dann macht das mal weg dann setzt man den ganzen park in pause modus nein jetzt verbrauchen wir auch kein geld nein wie alt jung ist lili ich bin 18 seit neuestem was denn ist schon ein bisschen her mit deinem geburtstag ich weiß das habe ich aber auch in einem video gesagt ich weiß verdammt viele leute da verliert und ich habe es nicht gesehen so sorry manchmal park eingang was schönes oder machen wir den nachher wir brauchen wieder zwei bäume neben und dann war es das dann macht das wo waren die bäume was hat man denn da wir hatten wir sind im laubwald nicht denkt an ich habe die maus ist leer deine maus ist leer meine maus ist leer die maus ist leer wir brauchen eine katze die die wieder auflädt so maus ist leer maus ist leer vor allem so evil doktor so ok was 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 wir hatten glaube ich große akazien akazie lass mich und meine akazien vervollständigen satz wdr akazie für alle die die nicht aus dem bereich können kommen könnt ihr gar nicht verstehen so la 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 wir haben eine wunderschöne akazie und eine zweite wunderschöne akazie noch eine schöne akazie ist das nicht ein schöner parkeingang und man kann sich wunderschön in den schatten stellen wunderschöne akazie ach leck mich doch am arsch lass mich und meine akazie akazie so zache zwei dislikes so ok dann dreh doch mal die kamera das kannst du auch mit e und guck ne ich weiß dass ich das so auch kann könnte rein theoretisch habe ich aber keinen bock drauf ok hier wird jetzt gesagt jeder park fängt klein an dann lass uns auch klein beginnen ja ich hätte mich jetzt eh nicht daran orientiert etch betch mach du weiter du hast wieder kabelsalat ne ich hab immer kabel du hast ja auch die kabellosen kopfhörer die an einem kabel sind ja aber auch nur ja machst du eh nicht ist zu teuer so are you sure so muss weiter weg sehen uns mit vor ja dann äh schönen Tag tschüss bis dann okay ich würde mit dem Kinderkarussell anfangen oder ja vintage 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 wo liest du denn da bitte vintage äh was steht denn da vinitian also das heißt aber nicht vintage trotzdem ist es vintage ok übrigens der spaß ist viel zu niedrig das kannst du vergessen ne äh hm warst du die andere? ganz recht hm 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 weil wir sollten trotzdem etwas äh was kosten die Kisten denn? 1 1.600 1.600 und 1.200 ich würde die zwei Dinge vielleicht aufbauen kriegen wir die beide rein? ja müsste ja passen eigentlich ja dann lass uns die doch als als Parkeröffner vorne dran bauen dann musst du aber erst Wege bauen erst Wege bauen ich hoffe dass wir genug Geld reinkriegen alter was ist denn hier der Weg der am haben wir ne ich glaub die kosten ne ne 1$ pro Meter geh nochmal runter runter 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ jetzt bei Edeka ne jetzt nicht bei Edeka all the shops are available ja breiter machen breiter ja weil wir bekommen pro meter bezahlen wir einen dollar an das heißt wenn du breit machst ja dann kann man ja nachher noch größer machen am anfang ist ja also ich würde den mittleren Weg also wirklich den den Park mit dem großen Weg in der Mitte versorgen ok ich bin mal gespannt wie weit wir kommen ich bin mal gespannt wie weit wir kommen Minus 77000 ich glaube dass das Minus 77000 Minus 77000 was auch mach noch einen so jetzt jetzt können wir ja anfangen ok ich würde das aber als kleineren Weg daneben machen warum neu anfangen wir haben gerade eben abgestimmt und es wurde bestimmt dass wir mal neu anfangen wollen wir sind jetzt im Challenge Modus äh ich sehe leider was ich sehe leider durch die Facecam das Dings hinter euch nicht so äh die Musik ist geil also wir wollten wir wollten im Challenge Modus anfangen dass wir auch wirklich mit Geld umgehen müssen und der alte Pack war so ein bisschen geflickt wir das ist aber Season 2 nur wir können danach wieder zum alten Pack zurückkommen in Season 3 das heißt wir fangen nur eine neue Karte an die ist nicht weg ist es nicht aufgehört mach weiter ich habe jetzt gedacht ich pflanze hier noch einen Weg dran ne äh meinst du? ja ja dann mach ja dann oh mei und zwar in die Richtung und hör jetzt aber auf mit Wegen sondern bau den einen da hin und das andere hier hin ah Fahrgeschäfte welches zuerst? äh ich würde mit dem anderen anfangen weil das mehr das? ja weil das grüneren Bereich ist wow ist das flüssig bau das dann mal übrigens geh nochmal mach nochmal dass das Ding rot wird und hör mal ganz genau zu nochmal ja dieses Geschrei was der Typ im Hintergrund ruft ich habe die Appellent Kuster teilweise auch nachts gespielt äh da habe ich mich so erschrocken dass irgendeiner rufen würde hier auf der Straße oder im Haus das klingt genau so okay so richte mal den Greenscreen wieso stimmt doch alles das ist Rasen im Hintergrund das ist das ist kein Greenscreen das ist Rasen so ähm wo haben wir denn hier den ich baue es jetzt einfach hier hin weil 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 so Eingang platzieren eine sehr gute Idee da hätte ich ihn auch platzieren da und äh Ausgang platzieren ja das macht man links ja das macht man links ja nicht direkt hinter das was ja müssen sie alle umrennen ja genau so ähm ach Eingang mit Weg verbinden nein hat sich da aufgehangen ja oh aber hier läuft mal alles ich baue den Weg jetzt erstmal nicht so sonderlich lang ne so und damit kann man ja eigentlich auch machen jetzt die Frage nehmen wir Geld für den ganzen Park oder nur für die Fahrgeschäfte weil ich würde für die Fahrgeschäfte ich würde erstmal nur für die Fahrgeschäfte ok dann gehen wir auf Preis drauf ähm Preis ja 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 so lassen und dann Euro für den Eintritt in den Park für sauber machen und alles ähm das war Parkverwaltung ähm ähm Ticketpreise 1 Euro nein wir spenden in Dollarn Familie 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 kommt kostenlos rein ok da kommst du eher mit da kommst du eher mit mehr Leuten ähm Öffnungszeiten waren von ähm machst du von 0 bis 0 dann ist er die ganzen Tag offen ja oh das sieht geil aus und auf so guck mal in die Sonne Museum ja oh da freue ich mich ja schon drauf ne Reachmark eee achso Lilly hätte fast ihre PS4 mitgebracht er hätten wir jetzt Horizon gestreamt auf der PS4 bis ich das hier ans Laufen gebracht hätte oh mijnine fresset so vielleicht kommen wir fragen warum steht die luft wir schweben in der luft weil wir fliegen können kommen denn menschen wahrscheinlich nicht wie war das mit dem letzten day was der letzte als wäre das letzte mal den park eröffnet haben wir doch reingerannt das spiel ist auf pause das stimmt ja da kommt jemand und die gehen direkt wieder euro das war eine familie die wussten nicht mal was bezahlen aber es gibt keine fahrgeschäfte für familien deswegen bauen wir jetzt dieses verdammte kassel noch auf ja ja ich hab's bemerkbar das ist doch vintage die leute von planet coaster wissen wie man sonne und etc macht ja das wissen dass sie wirklich gut dass ich will mich ein bisschen beeilen ja wir haben nur noch 900 platzieren da ausgang platzieren da verbunden eingang mit weg verbinden du musst ja wahrscheinlich zur seite weg ich kann nicht verbauen und gern weg oder zf ja 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 ich weiß nicht ob die musik geschützt ist denn der so wunderschön und jetzt die star wars musik dazu die ist aber definitiv ist eine taubel da ist eine taubel ich dachte es wäre müll da ist eine tausendienst also ist das egal was was habe ich jetzt nicht mitbekommen ja keine ahnung so kommen wir machen geld die man drauf ja tschüss so wir haben es geschafft okay damit hätten wir das ganze auch endlich kann man ja zurückkehren zu dem anderen warum laufen die so es erinnert mich daran wenn du vergehend auf deine eltern wachst ist ein phantasialand und dann einfach aber eingang auf diesem riesen karussell sitzt weil du einfach schon so durch bist das nenne ich doppel fail so die basti habe ich auch noch eine nachricht geschickt hat er noch nicht darauf geantwortet da ging es doch um was für um sie nur so als hinweis ich habe immer mehrfach angeschrieben naja so soll ich mal ein paar mülleimer aufstellen wir brauchen auch mechanik und wir brauchen laden haben wir für alles geld nein wo waren jetzt szenerie waren die mülleimer aber einen nur ja und welcher ist davon der billigste egal ist ja jetzt fast oder fast der kostet aber genauso viel die kosten also werden im dienst wieder wissen